Willkommen in diesem rassigen Sportwagen Ford Focus ST3 Turnier. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses ST ist Schadstoff am Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Steuer günstig aus. Die Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung sind elektrisch anklappbar. Die Karosserielinie wird unterstrichen durch Seitenschweller, Heck- und Frontschürze und einen Heckspoiler. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draus. Zu den grauen 18 Zoll Leichtmetallfelgen gibt es rot lackierte Bremssättel. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Recaro Sitze mit Leder bieten jede Menge Seitenhalt. Die Beinauflage ist verlängerbar. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Für Sicherheit stehen sechs Airbag, ABS und ESP parat. Ebenso die heizbare Frontscheibe und Xenon-Scheinwerfer. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter bietet stets gutes Raumklima. Zum CD-Radio gehört auch ein Navigationssystem und eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem Focus ST werden Sie viel Spaß haben. Sie bekommen einerseits einen rassigen Sportwagen, andererseits einen geräumigen Kombi. Und das mit allen erdenklichen Luxusausstattungen. Damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch erweiterbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei. Bei uns kann man Focus ST auch Probe fahren. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.